Wir spüren die Prinzessin Salomé, heute Nacht. Salomé war der erste große Wurf im Opernschaffen von Richard Strauss und was die kompositorische Erfindungskraft und die klangliche Atmosphäre angeht, fraglos ein Höhepunkt. Raffiniert und mit einer heute noch erstaunlichen Kühnheit hat Strauss hier Ausdrucksformen der Dekadenz, der Auflösung jeglicher sittlicher Begriffe, auf die Bühne gebracht. Die Dresdner Uraufführung im Dezember 1905 entfachte einen Sturm der Entrüstung. Die Femme Fatale, sexuell über den Mann triumphierend, galt als Affront. Und dennoch verfolgte Richard Strauss mit diesem morschen Zeitbild, mit der erotisch zugespitzten Trunkenheit der Salomé-Welt keine moralischen Akzentuierungen. Vielmehr liegt seiner poetisch-vitalen Musik, dieser geistig-sinnlichen Klangsszenerie, ein ungeheures Verlangen nach Schönheit zugrunde. Denn die exotische Blume Salomé blüht und glüht in ihren Verführungsgesängen in geradezu verschwenderischer Klangfarbenpracht, die sowieso ein wesentliches Element der Salomé-Partitur darstellt, da Richard Strauss mit einer dynamisch ausgefeilten Instrumentation und dem äußerst differenziert eingesetzten Orchester immer neue, ständig wechselnde klangliche Variationen schafft. Im Gegensatz zur allzu aufgeregten Musik müsse sich das Spiel der Darsteller auf größte Einfachheit beschränken. Auf diese Aussage von Richard Strauss konzentriert Peter Musbach den Stil seiner Inszenierung. Gezeigt wird eine Art Familienzusammenkunft, bei der sich alle Beteiligten in einem Ausnahmezustand befinden, jeder nur sich selbst und seine Position sieht, Emotionen hochpeitschen, eine latente sexuelle Stimmung vorherrscht. Salomé und Johanna Ahn, zwei einsame Menschen, beginnen sich hier zu entdecken, hätten in ihrer jeweiligen Zurückgezogenheit zu Wahlverwandten werden können. Doch während sie bei ihm Halt zu finden versucht, rettet er sich zu Gott. Und so endet eine mögliche gemeinsame Spur in Zerstörung und Hass und wird zu einer Reise in den Tod. ZERBEN 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 Z mit der sophistication und darin, die sogar heute überraschend ist. Aber der Dresden-Premier, in Dezember 1905, hat eine verritable Führung. Die Femme Fatale triumpfing sexuell über den Mann war sehr offensiv. Nevertheless, Strauss was not out to moralize in this bleak social portrait, in his depictions of the drunken, erotic extremes of Salome's world. Indeed, behind the poetic vitality of his music, behind the opera's spiritual and sensual musical backdrop, lies an overwhelming desire for beauty. Salome blossoms and radiates in the lavish colors of musical seduction, an essential element of the score, since Strauss' dynamically refined instrumentation and use of orchestral potential create new, constantly shifting tonal variation. In contrast to the music, which is all too excited, the actors' performances must show great simplicity and restraint. This statement, by Strauss himself, helped shape Peter Musbach's production. We witness a kind of family gathering, at which all who attend are in a state of alarm, unable to see anything from other perspectives, with emotions running high and the air sexually charged. Salome and John the Baptist, two solitary people, begin discovering each other and their elective affinities. But while she looks to him for support, he looks to the divine, and thus the possibility of common ground ends in hate, destruction, and death. This is a two-day Merry Christmas Новcoat livro Ojima www.odore archb complimented artists Water 湖 fire fire